Hallo Leute, heute werde ich Ihnen zeigen, wie Sie mit meiner Lieblings-Diashow-Software ganz einfach Diashows auf Ihrem Computer erstellen können. Klicken Sie auf den Link in der Beschreibungsbox unten, um slideshowcreator.net zu besuchen. Nun die Schaltfläche jetzt herunterladen und folgen Sie den Installationsschritten, um zu beginnen. Wenn Sie die Sprache ändern müssen, klicken Sie hier und dann auf Sprache und wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Um Ihre Diashow zu erstellen, wählen Sie Neue Montage, was am einfachsten ist. Nun werden Sie aufgefordert, Ihre Fotos hier hinzuzufügen. Nun können Sie eine der eingebauten Musikoptionen hinzufügen oder Ihre eigene Musik per Drag & Drop hineinziehen. Jetzt wählen Sie die gewünschten Übergänge, eine Liste finden Sie hier. Anschließend können Sie Ihr eigenes Diashow-Projekt erstellen. Wenn Sie weitere Funktionen für Ihre Diashow haben möchten, wählen Sie den vollen Funktionsumfangmodus. Fügen Sie nun die Fotos hier hinzu, die Software stellt Sie automatisch in der Zeitachse dar. Zoomen Sie ein und aus, indem Sie hier klicken. Jedes Foto kann durch Anklicken der Kante hier angepasst werden. Verschieben Sie das Foto, indem Sie es über die Zeitachse ziehen. Sie haben andere Optionen, wie zum Beispiel die Schaltfläche Teilen, mit der Sie Clips schneiden können oder Sie so drehen. Zuschneiden auf die gewünschte Ansicht. Und weitere nützliche Optionen, wie Farbanpassungen, Übergangsassistent und Audioaufnahme und Clip-Eigenschaften. Probieren Sie diese, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Im Fenster Importieren fügen wir auch Hintergrundmusik hinzu. Wählen Sie einen Musiktitel, ziehen Sie ihn per Drag & Drop auf die Audiozeitleiste unter der Videospur. Importieren Sie Ihre eigenen Musiktitel, indem Sie auf Datei, Mediendateien hinzufügen klicken. Um die Audiospur innerhalb der Zeitleiste anzupassen, klicken Sie hier auf die Schaltfläche Lautstärke. Für Optionen wie Einblenden und Ausblenden und andere tolle Funktionen, klicken Sie auf Audio-Eigenschaften. Um Audio-Effekte hinzuzufügen, klicken Sie hier. Wählen Sie einen Sound aus, der Ihnen gefällt und ziehen Sie ihn auf die neue Audiozeitleiste. Sie können auch eigene Musiktitel importieren. Die tollen Filteroptionen verleihen Ihren Fotos mehr Stil. Wählen Sie eine Kategorie und hier ein Filter aus, um eine Vorschau zu sehen. Sobald Sie einen Filter ausgewählt haben, ziehen Sie ihn einfach auf einen Clip und er wird automatisch angewendet. Als nächstes kommt Übergänge. Sie sind alle kategorisiert und Sie können eine Vorschau eines Übergangs sehen, indem Sie auf einen klicken. Wir wählen diesen und ziehen ihn zwischen den Clips. Wenn Sie Ihre Diashow abspielen, gibt es jetzt diese coolen Übergänge zwischen den Fotos. Sie fügen jedem Clip einen Übergang hinzu oder Sie können mit dem Übergangsassistenten automatisch alle Clips Übergänge hinzufügen, je nach Einstellungen. Mit der Option Titel fügen Sie Ihrer Diashow Text hinzu. Wählen Sie wie gehabt eine Kategorie und den Titel, den Sie verwenden möchten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie hier einen Titel auf die eigene Zeitleiste ziehen. Sobald er dort ist, können Sie ihn einfach an eine beliebige Stelle in der Zeitleiste verschieben. Bearbeiten Sie den Text, indem Sie auf den Clip doppelklicken und Änderungen im Vorschaufenster vornehmen. Hier oben sind auch andere Optionen zu sehen, wie zum Beispiel Clip-Eigenschaften, Eigenschaften der Schrift, Eigenschaften der Farbe. Sie können sogar Ihren eigenen benutzerdefinierten Titel speichern. Dies sind die für Sie wichtigsten Funktionen der Software. Es gibt noch weitere Funktionen, wie Sticker. Wählen Sie einen aus und ziehen Sie ihn auf die Zeitachse Titel. Es gibt auch Beschriftungen. Wählen Sie wie bei Sticker eine Beschriftung aus und ziehen Sie diese auf die Zeitleiste. Dann gibt es noch Schwenken und Zoom, wenn Sie bei jedem Ihrer Clips ein- und ausszoomen oder von links nach rechts schwenken wollen. Probieren Sie Chroma Key aus, wenn ein Teil Ihres Clips transparent sein soll. Wählen Sie die Farbe aus, um den Clip transparent zu machen. Passen Sie die Einstellungen hier an und das war's. Wenn Sie fertig sind, können Sie fortfahren und auf die Schaltfläche Exportieren klicken. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Ausgabeformat und die Qualität der Auflösung. Sie können sie auch für bestimmte Geräte speichern oder direkt nach YouTube hochladen. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Start. Das war's also. Die Erstellung Ihrer eigenen Diashow-Präsentation ist mit meiner Lieblings-Diashow-Software denkbar einfach. Um zu beginnen, klicken Sie auf den Link im Beschreibungsfenster unten, um slideshowcreator.net zu besuchen. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken. Hinterlassen Sie Kommentare oder Fragen unten und klicken Sie auf Abonnieren, um weitere Anleitungen zu Videobearbeitung zu erhalten. Viel Glück!